Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Terra, Fate of Arun, mit dem magischen Dreieck, in den Tiefen der hungrigen Höhlen, Mr. Duri, Sashia, A.K.O. Jemitsu und Mikandia. Hallöchen, meine Höhlenfreunde. Servus. Guten Tag. Und jetzt sind wir auf der untersten Ebene angekommen. Und hier wimmelt es wieder von lauter Quests, die wir jetzt natürlich alle der Reihenfolge nach abarbeiten wollen. Mit voller Elan und Freude. Jey. Schöne der Tränen. Dreh dich von Freude und dann geht's um Träne hier wieder. Oh, Kleine, wer das erwartet. Achtung, Schild kommt. Das ist echt notwendig, das Schild. Och, die Kleine, die nerven mich so hell. 30. Oh mein Gott. Die erste Händen mal gar nicht zählt erst mal. Ja. Ja, gut. Das sind die Poporis. Wiederbelebte Poporis. Oh mein Gott, Zombies. The Walking Poporis. Oh, da geht's gerade wieder weiter, Leute. Na ja, ist gut, dann können wir das hier gleich fertig machen. Die werden schön Läufter vorkommen. Ja, aber ich mein, wenn die jetzt hier mal gleich sparen, dann können wir das gleich rummachen. So, du hast recht. Ich glaube, da ist ein Panther. Da ist noch neun Stück, Leute. Sechs. Mit wem. aber wo es ein Panther ja, ist gerade vorbei schnell weg 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 sind wir schon fertig? ja nice scheiße oh mein Gott oh wie das Gulasch vernichter Leute, jemand befindet sich auf der rechten Seite ja ich nee das Kampf wollte mir gerade auszeigen oh, ich sag schon mal GZ der Hanna oh, dankeschön jaaa ich muss kurz, nee wir brauchen einen sicheren Ort nee lass uns erst die Gegner fertig machen ich glaube hier ist gerade ein bisschen schlecht weil die spawnen ja relativ schnell ja weiß ja, lass uns erst kurz das hier fertig machen bevor wir uns unsere neue Waffe widmen der lange Abschied ich drück mal drauf ja ich hab's auch kurz auch genommen rück bis zur zweiten Zelle vor, gell die da wäre was führt die Türke zu? ah ne doch nicht wie die Türke zu? das wärs jetzt wenn wir hier noch eingesperrt werden wäbe Miki dich verfolgt Miki dich verfolgt einer denk? ja erstaunt vielleicht noch Alka hast vielleicht noch Alka hast aber hat zum Glück sind die easy peasy lemon squeezy oder? ja überleg mal überleg mal die kleine wäre steig oder wie wir da auf den Sack kriegen würde ey ja bei der bei der Masse dann ja gell viele kleine wo steig wäre wär unser Untergang ja ah das sind ne kleine Scheiße komm beenden wir's jetzt hier wo wir was angefangen haben zusammen together forever AKP boah die einde Hammer was ist? Abweichler wir brauchen nur noch die kleine Leute jaja sind aber immer im Doppelpack die Dicke die kleinesten hier so Schild kommt oh scheiße schon lebensnotwendig das ist gell musst du immer im Rhythmus bleiben so jetzt beenden wir's ja ich hab's boah mit die scheißdingerei und zum Schleicher auch den Schleicher machst du fertig das Lustige ist normal überlebe die immer so mit einem Leben noch oder so dann rennest du die dauernd hinterher und du merkst es nicht das hasse ich bei der kleine immer boah hier durch Leute lasst mal da langsam rausgehen sonst ja ich bin draußen wir sind aber noch nicht fertig doch 29 von 30 jetzt jetzt raus hier raus hier raus hier Hilfe Duril hängt ja jetzt sind sie schon wieder aufgriffe die kleine scheiße die wollen das echt wissen Leute die regen mich auf hey komm warte daneben noch einer ja das meine ich guck jetzt jetzt weg ne das ist ja auch hier kaputt machen naja jetzt kommen sie hier die ganze Zeit nein ne das sind die Popori achso stimmt das sind die Popori 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 das sind die Popori das sind die Popori oh was ist jetzt passiert? rechts ah die müssen wir auch killen ne wo ist der? die sind hier ne ich mein der Typ wo ist der Typ? da kann doch wieder Nachricht ja dass wir die killen müssen ne das in der zweiten Zelle irgendwie jetzt müssen wir ihn für die befreien hier ist der Fragment Miki oh ja andere Seite what the fuck wie viele sind da? die müssen wir alle befreien da drin oh ne das sind nur die kleine drin 20 20 Fragmente fettzack eins noch Wiki Wiki hat's noch Wiki hat Fragment noch Bombe X kommtschauen Freunde bitte befreien wir die Menschen befreien wir die Menschen ich spreche mal mit der Gladys wie wärs wenn ihr mal kämpft? Habt ihr gerufen? das ist für Bitch habt ihr gerufen? du siehst aber billig aus das Freunde das kommt von Sashia aka Oshimitsu seht dies mit Freude wir müssen alle mit denen labern also mit allen wo ist Hennika? Lorenza Hennika 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 die Ansicht ist wieder beschissen hoch 10 Leute wir müssen wir brauchen eben Achtung Na? Hennika Sashia wir müssen weiter wir müssen hier raus irgendwie wo 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 der Weg hier weiter wir brauchen mal kurz so ruhiges Fleck um unsere Waffen bereit zu machen oder? Witz 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 Alter bist du gerade auf dem Wasser kreditori? ja weil ich so groß bin ja weil er so größer ist fährt das ist voll cool dass dass die wirklich sich da drum kümmern sich drum kümmern ja das ist solche Sachen bedenken bei ihrer Produktion von Terra Fade of a Rune deutsches Sandgasse ja gut komm auch mal kurz eine Waffe oder? ja hier sei doch hier sind wir sicher wenn ich versperre auf ich könnte hier gerade interagieren echt jetzt? oh mein Gott sie interagieren ja guck ich kann hier hochklettern ah müssen wir da hin Miki Kundschaft im Ort genau Miki Rache die Leute sehen mich nicht ich versteck mich mal hier das Schwert Rache ist endlich da und du hast Bestrafung gell? ja voll die krassen Waffe meins heißt meins heißt Abrechnung boah voll episch ey Leute aha jetzt sind wir richtig epische Waffe Leute komm da hoch und dann machen wir einen kurzen Break ich komm ich mach ich ich verzauber noch kurz fertig mhm wir bleiben mal hier so dass die Leute uns entsehen achso weisch weil es hier PAD kommt weisch jetzt hast du hier schon fertig verzaubert? nee ich hab nur die Steine gewechselt aber meine Waffe sieht gut aus ja macht was her so los Leute Stachlig oh ja stimmt warte das darf ich auch nicht vergessen das vergesse ich nämlich immer mit den Scheißdingern da du meinst die Steine? genau die hab ich vorhin ich hab kurz was vergessen sicher dass wir hier hoch müssen Micky? ja ok 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 Freunde du redest da was macht ihr? hier mann warte so süß dass ihr beim Tällern wartet so jetzt mit epische neue Waffe machen wir jetzt alles fertig was sich bewegt achso ich ok ok ich werde hier lang gange sagst du was ist los? ne ne alles gut alles gut jetzt müssen wir hier wieder durchreiten Leute und dahin ist wieder das gelbe Ausrufezeichen Och ne die als Gegner die verfolgen uns immer ne die sehen uns nicht hier ist irgendwas die müssen wir töten oh wieder 1 von 30 was sind das für Dinger? das ist ein richtiger Zombies ist glaube ich Tode Minearbeiter irgendwie ah die Popuri sind uns sehr jetzt kommt die neue Power Rache Blutwurr schon echt schon plus 9 verzaubern ja so schnell natürlich deswegen hämmer ja unsere rotinger umtauscht dass wir das so schnell machen können oh da musst du wieder pad Vorsicht pad 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 Schatz 12 grausamer Inquisitor oh oioioi ich glaube die Folterinstrumente 50 Shades of Grey hm 50 Shades of Sashia das hat alles beeinflusst sogar Terra Foltergeld als Fragment Micky Vicky Vicky ziehst du durch Vicky ganz schnell Vicky Wicky ganz schnell weg Blut aus Stell ich sie auch mal her Waffe beschaffen da ist sie meine neue Waffe oi rand neu jetzt für euch okay da zack 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 soo ist es mal ne wir müssen wir weitermachen wir sind fertig mit der Nähre Ah, die nutzt halt schon wieder dreimal so viel neu, ey. Schon heftig. Was macht ihr, Leute? Verzaubern, ne? Du Außerschier? Ja. Okay. Nur, dass ich weiß, dass ihr neu kämpft, grad. Nö, nö. Ich kämpfe wieder weiter. Du grad verzaubern. Lasst euch Zeit, Leute, ich hab alles im Griff. Ich kämpf schon, keine Angst. Musch, du kannst doch ruhig was anderes machen, du willst. Okay. Kannst du aus dem Fenster gucken oder so, kein Ding. Wenn's hier ein Scabber wird, in der Stinkbude da vorne. Jetzt hab ich mal ein Plus 7. Schau schon nice, oder? Oh, alles. Boah, mach die schade, die Mikandia, du lecker Arsch. Klasse, klasse Frau, Mikandia. Geil da. Die macht schon was selbst. Kannst du sagen, was willst. Schnapp dich ein lecker bisschen. Schnitsche? Schnitsche? Lücker Schnitsche? Oh Gott, die macht's. Wird zu viel für Mikandia. Mikandia bedenklich viel macht. Verlangt auch viel Verantwortung. So, fertig fertig. Nee. Einer fehlt noch. Ja, Miki hat doch. Oh, jetzt. Oh, okay. Ich hab bisschen mit ihm gespielt. Naja, du wolltest ihn nur verhöhnen. Weiter geht's, Leute. Komm, nächstes. Oh, ich kann grad nicht. Ich kann ihn weiter verzaubern. Das sind wir da, die Unsterblichen, irgendwas? Minearbeiter. Ja, genau. Gerne, behilflich. Danke, Sascha. Du bist einfach mein Wort, wenn's damit weitergeht. Bin dein Lesehilfe. Ja. Ja. Ja, es ist halt so, Armani können nicht lesen, Leute. Es ist halt... Ach, wir werden früh genug mehr über die Armani erfahren. Wollen wir das? Oh ja. Die Geschichte wird sich wiederholen, soweit wir ihre Brutstädte erreichen. Mhm. Was nicht mehr lange dauern wird, Freunde. Kleiner Spoiler hier. Tch. Die brauchen wir da. Ja. Oh, das war's schon. Da, Krüge, Sammler, Leute. Ja, wir mussten einen töten. Sammler, Sammler. Wo denn? Ja. Hier. Oh, du bist ja neben mir. Warte, 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 warte. Wo ist Miki? Äh, Knochen. Jetzt. Äh, Knochen. Ich steck fest. Ich wieder drück. Abs. Fünf Stück, Leute. Die sind sicher hier. Ne, doch nicht. Oh, der Kurab. Ja, den Kurab haben wir doch schon gekillt, oder? Weißt du? Jetzt, ja. Hauptsache wieder epische Musik. Oh, Grabhaut, Leute. Ist ne neue Haut? Die gab's schon länger. Richtig jetzt? Ich hab schon ein bisschen was von Dörren. Ich krieg immer nur Bluthaut, aber das hab ich jetzt zum ersten Mal gekriegt. Äh, Krug. Ich eile. Los geht's. Go, go. Oh, da lebt noch einer, gell, müssen wir aufpassen, der kommt. Oh. Direkt ab uns ist wieder ein Krug. Dann gleich zum Krug. Mehr nicht hier sonst alles. Wo? Oh, ja. Wollen wir nur Gegner kurz vernichten. Leute, Krug. Halt jeder. Ja. Ah, das ist der Kurab, bitte. Der Kurab, ey. Der willst du halt auch wissen. Müssen wir verhöhnen, oder? Komm her. Zum dritten Mal, Digger. Hauptsache, der droppt ein Gold. Gebt an des Barbaren. Leute, wir suchen jetzt die Krüge, das ist ein wichtiger Punkt. Guck mal auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Ich würd gern wissen wir wie Kandja noch. Das fangen keine. Hey, wo ist denn die Krüge? Oh mein Gott. Weitergehe, weitergehe, weitergehe. Warte, der Kurab will nochmal aufs Maul. Leute, den Typen müssen wir verhöhnen. Und zum vierten Mal. Wir brauchen Krüge, wir brauchen Krüge. Gibt's ne neue Rune? Zitrone. Ich hab'n Zitrone-Rune grad gewesen. Entschuldigung? Nö, nö. Das kam grad so einfach spontan. Hier ist ein Krug, da ist ein Krug. Wo ist Krug? Hier auf der Restseite. Da ist der Kurab. Warte, verhöhnen, verhöhnen. Ich hab grad nur mit eurer Hand kämpft. Trotzdem war er nix. Boah. Warte, da müssen wir down machen. Ich hab grad grad sage Fragment, aber ich brauch gar keiner mehr Fragment. Ruchstück. Krug. Krug. Was geht's? Das hier drück. Ich drück. Gründ. Einer noch, komm. Einen Krug noch, Leute. Einen Gewürz, ah. Warte, verhöhnen, verhöhnen, verhöhnen. Boah, stoßen ins Herz, dann kurz sehen wir. So. Wo ist der Krug? Wir brauchen noch einen Krug, Leute. Such den Krug. Oh, ein Gewürzkrug. Da ist der Zaubertrank vom Miraculix drin. Ich guck mal hier vorne. Ich bleib einfach mal cool stehen. Minerarbeiter kommen. Ein bisschen arrogant musst du einfach mal sein. Oh Leute, Kurab, Kurab. Warte, verhöhnen. Ich freu ein Ei, ich freu ein Ei. Oh, ich hab verfehlt. Oh, nice one. Das sechste Mal down. Da ist ein Krug. Wo? Hier. Da ist hier, komm, wir haben einen Krug. Nur den hebste. Sind alle da? Ja. Nein, stopp, stopp, stopp. Jetzt. So, dann haben wir auch den letzten Krug, Freunde. Warte, noch einmal Kurab, verhöhnen. Verhöhnen, wo ist er? Da ist er. Ja. Stoß ins Herz. Echt? Nummer 7. So, jetzt kommen wir wieder raus. Gehen wir hier lang. Wenn wir auch noch kommen. Oh, ich schaue Lagerfeuer. Wir sind ganz noch over. Wir müssen ja fertig. Ja, wir müssen nur noch abgeben. Ja, aber hin. In der Tiefe. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin, ey? Mal gucken, ob es, wenn wir da hochgehen, ob es von dort aus dann schneller ist. Schnell rein. Alter. Der ist ein Minearbeiter. Hilfe! Ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht vom Mount runter. Ich komme nicht vom Mount runter. Ich komme nicht vom Mount runter. Scheiße. Das ist egal. Ich glaube, vor allem ja geschadet als das. Dann fahren wir wieder runter. Oder wir laufen runter. Geht es schneller? Ah, ne, warte mal. Das ist hier gar nicht. Andere Richtung. Andere Richtung. Ne, auch nicht. Ach. Warte. Ne, ne, ne. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Rein, rein, rein. Ich kann nicht abmauchen. Ja, siehst du, das konnte ich gerade auch nicht. Sind wir jetzt? Sind wir oben oder ohne? Woh, ich wurde troffer. Gegner, Gegner, Gegner. Warte, ich. Komm nicht nah aus. Leute, ich habe es hier gerade noch. Wir sind richtig. Jetzt müssen wir nur halt wieder durchreiten. Ah, wir sind im Kampf. jetzt nicht mehr Leute, komm jetzt konsequent durch, der Coiner bleibt hängen Slash and Force, Slash and Force Unvergessen Oder verhöhlen wir mal den Kurab Wo ist doch, ich seh den jetzt Hier, auf der andere Seite Scheiß auf Kurab, komm 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 Kurab werden 8 mal verhöhlen, das muss lang Der Kern, der kann nie wieder nach Hause Warte hier lang Wo muss man hin? Ne andersrum, oder? Ne Fuck, 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 fuck Ne doch, Ana stimmt Ne stimmt, stimmt, stimmt Vicky, das ist ein Sackgasse, glaub ich Soll ich was machen hier? Achtung, jetzt wird's gefährlich Na, was springen, ihr müsst springen Ah, ich war drauf Ah, was ist das? Das hier, zwei Minuten später, wo der erste Oh, der Kurab Das ist der Kurab, der Kurab Nummer 9 Leute, der will's doch, der wollte's wissen Der wollte's wissen, der Kurab Hallo Kurab, Servus Hallo Freunde, Servus Leute, jetzt aber konsequent, bleiben konsequent Ah, Kurab, wo ich der herkommene, hey Wer das verfolgt Ich glaub ja, das ist das Schi-A-A-K-O-Shimit-Zugrochart Alles war Schicksal, dass man mal ne Kurab draufhören, oder? Ja, eigentlich müssten wir noch einmal vor Höhle hin, mal 10 Nochmal zurück Ne, nochmal zurück, ne, nochmal zurück, Leute, können da vergessen Ich mach ja viel Scheiße mit der, was ist, ne Scheiße Ich mach ja viel Scheiße mit der, was ist, ne Scheiße Was ist das? Ich bin an der Treppe festgesteckt Oh Ne, hier lang, genau Hallo Freunde Hallo Kukai, Servus Achtung Leute, Gulasch, äh, verwüßter Die Gulasch, verwüßter Die Gulasch, verwüßter Abweichler Die verwüßt mein Gulasch Mein Gulasch, schmeckt normal Oh Leute, ich häng, ich häng, ich häng Michi, komm Wenn jetzt von euch alle treffen wird, oh Servus, Leute, hallo Grüße an zwei Unbekannte, die ich gerade nicht erkannt hab Chebika, ne Was hieß da eine Chebika? Was ist das? Kann man sich eigentlich auch einen Namen geben, die es schon im Spiel schon gibt? Du meinst andere Spieler? Ne, wenn ich mich jetzt wählen kann, dann denkst du, es gibt's Andere Spiele Spiele So heiß bestimmt schon irgendwann Oh Leute, ich werd blockiert von den Gulaschvernichtern Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Motherfucking Gott Hä, wo sind wir? Nein Haltet immer euer Wort Wir sehen uns lieber, ganz sicher Leute, ich halte sie auf Michi, schaffst du das? Da muss ich nochmal kommen Ihr seid von der Föderation, oder? Wollt ihr manchmal einfach nur weg? Level Up? Wie Level Up? Spass Haha Schön wär's, wenn's so schnell gehen wird Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, wir müssen zum Rächer außen posten Das ist das nächste Ziel unserer unglaublichen Reise Und ich hab's dir alle aufgehalten Und Michi hat sich für uns geopfert Der Gandalfonterra Erschätzle Erschätzle Also Liebe für Michi Leute Hashtag Liebe für Michi Tch Hahaha Ja und in der nächsten Folge gehen wir dann zum Rächer außen posten Aber jetzt, für heute Liebe für Michi Und das war's married to you And you Tchie Ciao